Herzlich Willkommen gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab Leute? Ich hoffe ihr habt einen angenehmen Start in diesen wunderschönen Tag. Es ist ein bisschen sonnig, zumindest hier in Bremen. Ich hoffe bei euch auch. Gucken wir uns mal an, was der Markt macht. Wir sind wieder ein kleines bisschen abgerutscht. Wir sind wieder ein kleines bisschen nach unten gegangen. Der ganze Markt blutet. Ich habe einige interessante Informationen. Auf die Information, wo ich nicht eingehen werde, ist, dass Ripples Partner Tranglo jetzt den Korridor für On-Demand Dequality in Malaysia eröffnet hat. Das reicht jetzt auch so als Info. BMW hat mit Binance Smart Chain bzw. mit Binance eine Partnerschaft gestartet, dass sie Royalties in Thailand für ihre Kunden rausgeben können. Mal sehen, vielleicht erweitert sich das Ganze. Dabei belassen wir das jetzt auch erstmal. Auf jeden Fall Bullish für Binance, in welche Richtung das geht. Und hoffentlich geht es weiter. In diesem ganzen Fort-Gerede um Binance herum wird auch nicht erwähnt, dass Binance in Japan eine Lizenz erhalten hat, um Cryptos zu verkaufen, was extrem streng reguliert ist. Und all diese Dinge, die werden natürlich nicht erwähnt. Nur diese ganze Fort wird um Binance herum jetzt verstreut. Darum auch positive News in der Richtung. Gucken wir uns mal an, was wir noch für euch haben. Es wird Ethereum verkauft von Almeda Research und da wird jetzt ziemlich viel Panik gemacht. Sie haben Ethereum bzw. ERC20 Tokens mitverkauft und über einen Kryptomixer in Bitcoin umgewandelt. Was ist da los und wie gefährlich ist das jetzt? Ist das etwa der Grund, warum wir so einen Abverkauf auf dem Markt haben? Das schauen wir uns mal gleich an. Wir gucken uns Entwickleraktivitäten, die Top-Entwickleraktivitäten auf Projekten 2022 an. Dann gucken wir uns mal einige Partner von Casper an, weil viele sind sich nicht ganz sicher, was wird mit Casper, diese 8%, die Inflation, die reinkommen kann. Und wo ich euch schon gesagt habe, es kommt auf die Nachfrage an. Es geht nicht darum, wie viel da in den Markt geschüttet wird. Dann gucken wir uns noch einmal kurz an, warum Jeremy Hogan denkt, dass Algorand ein sicherer Hafen ist. Jetzt, was gerade nochmal mit dem Bitcoin Supply in den Exchanges passiert. Und schließen das Ganze dann ganz kurz und knapp mit den Charts ab, heute tauchen wir ein. Bevor wir anfangen, schauen wir uns das 24 Stunden gehandelte Volumen an. Ihr seht hier bei Solana einen sehr, sehr starken Anstieg. Es liegt natürlich daran, dass wir jetzt unter die 10 Dollar Marke geraten sind. Wir sind auch mit Solana extrem stark in Minus geraten. Es liegt wohl daran, dass sehr, sehr viele Iro Solanas verkaufen, dass das 24 Stunden gehandelte Volumen nach oben geht. Guckt euch aber auch an, was XRP hier gemacht hat. Seitdem alles so stark runtergegangen ist, hält sich XRP ziemlich stabil, ist nicht so weit gefallen wie alle anderen und hat jetzt auch von 24 Stunden gehandelten Volumen. Dogecoin, BNB, Polygon, Litecoin, Chainlink, alle überschritten. Ist da wieder irgendwas im Busch? Na gut, gucken wir mal. Alle Meda Research verkauft seine Kryptobestände. Es sind spezielle Kryptowährungen, die sie verkaufen, hauptsächlich ERC20 Tokens, das ist Ethereum basierte Tokens, wie USD Coin, DAI, Curve, Ethereum selbst, Convex und diese wandeln sie in Tether, in den USDT Stable Coin rum. Und das Ganze, das Ganze tauschen sie mit Hilfe von Kryptomixern wie Fixed Float und Change Now in Bitcoin um. Da wird jetzt viel, viel Panik verbreitet auf Twitter und wird gesagt, ja, oh, wir müssen aufpassen, starker Abverkauf von Ethereum, aber wie viel ist das überhaupt? Jetzt schaut euch das mal an, wenn man sich das jetzt anschaut, Mitte November waren es noch 140 Millionen Dollar, jetzt sind es 112 Millionen Dollar, die noch übrig geblieben sind. Und auch wenn diese 112 Millionen Dollar dann in Bitcoin umgewandelt werden, ja, was wird das jetzt machen mit Ethereum? Das wird ein kleiner Pups im Winde sein. Also das macht mit Ethereum gar nichts. Das sollte Ethereum locker, locker erhalten können bei der Liquidität, die in Ethereum drin ist. Ich sehe da wirklich keine Gefahr für Ethereum durch diesen Abverkauf. Hier nochmal aber eine interessante Information. Vor neun Monaten hat sich Sam Bankman-Fried 100 Millionen an Kundengeldern genommen, beziehungsweise in Anführungsstrichen geliehen und hat sie in eine Firma investiert in Aktien, die Dave hießen. Dave ist jetzt 95% im Minus. Und hier hat einer geschrieben, Dave got shaved. Ja, auch hier hat das Elend Kundengelder einfach mal falsch investiert und alles verprasselt. Wir haben uns in letzter Zeit auch etwas öfter über Internetcomputer unterhalten und BitBoy hat herausgefunden gehabt, warum das Ganze so stark gepumpt und gedampft wurde. Und ja, der gute Sam Bankman-Fried und FTX haben dahinter gesteckt. Aber schaut euch das mal an. Das sind die Top 2020 Blockchain-Protokolle mit ihren Entwickleraktivitäten. Cardano auf Platz 1, Polkadot auf Platz 2, Cosmos auf Platz 3, Ethereum auf Platz 4, Internetcomputer auf Platz 5. Trotz des ganzen FODs und trotz der ganzen negativen Informationen zu Internetcomputer sind sie 2022 bei den Entwickleraktivitäten auf Platz 5. Lasst das mal sagen, Leute. Elrond auf Platz 5 bin ich auch überzeugt, dass das in den nächsten Buran extrem starkes Potenzial zum Anstieg hat. Flow, Optimism, Aptos und Polygon. Polygon bin ich auch sehr, sehr bullisch gestimmt, wisst ihr. Die anderen Projekte hier oben natürlich auch. Da haben wir auch rein investiert und werden sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Für die, die sich bei Casper noch nicht so ganz sicher sind, guckt euch einfach mal die Partner an. IBM, Amazon Web Services, State Street, Bitcoin Swiss, Citi. Das sind so riesen, riesen Namen einfach. Swisscom, XPRIZE, Siemens. Und die Liste geht eigentlich noch viel, viel länger. Aber das sind so signifikante Partner, die sie haben. Unter anderem auch die chinesische Regierung, wenn ich mich recht erinnern kann. Es gibt so viele, so viele Zeichen dafür, dass dieses Projekt einfach durch die Decke gehen wird. Sie haben ein riesen Alleinstellungsmerkmal und meines Erachtens nach eine helle Zukunft vor sich. Jeremy Hogan hat hier einen Tweet rausgebracht, wo er erklärt, XRP kann nicht wieder verklagt werden. Und in dem Video da unten erklärt Gary Gensler, warum Algorand so eine gute Plattform ist. Man könnte selbst Uber darauf aufbauen und Silvio Mekali, der hier gemeinsam mit ihm bei MIT gearbeitet hat und einen Awards bekommen hat. Und darum denkt Jeremy Hogan, ja, Algorand ist hier auch ein sicherer Hafen. Seit dem FTX Crash sehen wir hier einen sehr, sehr starken Rückgang an Bitcoins aus den Exchanges. Das deutet einfach darauf hin, dass die Investoren schon erschöpft sind. Sie haben keine Lust mehr, hier weiter zu spekulieren. Sie ziehen ihre Bitcoins raus aus den Exchanges. Vertrauen Exchanges auch letztendlich nicht mehr. Aufgrund dieser Pleite von FTX haben sehr, sehr viele ihre Gelder verloren, ihre Kryptos verloren. Jetzt verstehen sehr, sehr viele, was es bedeutet, wenn man sagt, not your keys, not your Kryptos. Also wie kann man das jetzt bewerten? Ist es jetzt so, dass keine Bitcoins mehr verkauft werden können und der Preis jetzt stabil bleibt? Ich glaube, da machen sehr, sehr viele diesen Fehler. Denn ich habe es schon öfter erklärt gehabt, wenn das Angebot in den Exchanges knapp wird, weil viele ihre Bitcoins da rausziehen. Hängt es jetzt nur noch von der Nachfrage ab. Geht die Nachfrage runter, während das Angebot klein ist, kann es dazu führen, dass der Preis auch stärker nach unten gehen kann. Auf der anderen Seite mit einer kleinen, erhöhten Nachfrage kann bei so einem kleinen Angebot der Preis auch wesentlich stärker steigen. Aber gut, da müssen wir abwarten und schauen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Wenn wir uns diesen Chart angucken und uns die VPVRs betrachten und einmal sehen, wo sich Bitcoin die ganze Zeit auffällt, diese rote Linie ist das stärkste seitlich gehandelte Volumen. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir befinden uns genau dort, wo wir hier starke Support und starke Resistance aktuell gesehen haben und jetzt eingebrochen sind. Wir haben hier auf jeden Fall einen sehr starken seitlich gehandelten Volumenbereich und genau diesen testen wir jetzt gerade an. Wir befinden uns genau in diesen Bereichen, den haben wir jetzt gerade erst angetestet. Die Frage ist jetzt, hält dieser Bereich oder knicken wir wieder ein? Das müssen wir jetzt sehen, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Schaut euch das mal an, wenn ich hier den Linienchart nehme, dann sehen wir das hier eindeutiger. Hier in diesen Bereichen haben wir auf jeden Fall sehr, sehr starken Support gehabt bei diesem größten gehandelten Volumen. In Vergangenheit haben wir hier natürlich Resistance gehabt an dieser Stelle, sind dann wieder eingesackt, hoch Support gefunden. Wo halten wir uns jetzt auf? Nachdem wir einmal drunter gebrochen sind, halten wir uns jetzt hier auch wieder unterhalb dieser Linie auf und sind jetzt zum ersten Mal wieder stärker eingebrochen und testen diese unteren Bereiche des auch etwas stärker seitlich gehandelten Volumens an. Mal sehen, in welche Richtung das gehen wird. Es bleibt spannend. Bis heute Abend haben wir wahrscheinlich wieder neue Daten hier auf den Charts, die wir dann auswerten können. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream und Crypto Heroes out!